Tim Gerst-Krasser ist der neue Jugendsprecher der Freiheitlichen. Seit heute ist er offiziell im Amt. Sein Ziel ist es, jungen Menschen die freiheitliche Politik näher zu bringen und wieder eine landesweite freiheitliche Struktur aufzubauen. 19 Jahre alt, aus Ulten. Tim Gerst-Krasser hat sich erstmals den Kameras gestellt. Der neue Jugendsprecher der Freiheitlichen will seine Partei wieder aufmöbeln, zu alter Stärke verhelfen, nach dem Machtkämpfen in der Partei und einem ernüchternden Wahlergebnis. Dennoch, die Freiheitlichen sitzen nun in der Regierung, das gebe Auftrieb. Bisher waren wir voll eingespannt mit der Regierungsbildung. Jetzt müssen wir uns mit dem Wiederaufbau der Bezirke befassen. Das heißt, wir müssen Präsenz zeigen, das heißt, wir müssen unterwegs sein im ganzen Land und wieder für die Freiheitlichen werben, für unsere Werte werben. Und ich glaube, da haben wir doch schon eine Chance. Wie wollen sich die jungen Freiheitlichen aber zukünftig positionieren? Die Südjura-Freiheit und die Liste Jürgen Wirt-Anderlan machen thematisch Konkurrenz. Das sind beides Parteien, die nicht unbedingt wirklich auf einen sachlichen Diskurs aus sind. Das sind beides Parteien, die auf einen, sagen wir mal, übelst populistischen Kurs, einen übelst populistischen Kurs fahren. Und ich glaube nicht, dass so etwas zukunftsfähig ist und überhaupt sich bewähren wird. Tim Gerskrasser versteht seine Partei als Gegenstück. Das hatte er bei seinem ersten medialen Auftritt betont.